Im Dezember 2010, er war es, der Millionen beim RTL-Supertalent am Bildschirm faszinierte. Im November 2011, Tausende reduzierten ihr Gewicht und gaben das Rauchen auf. Dafür sorgte dieser Mann. Jetzt ist er wieder da. Erleben Sie Faro, Deutschlands bekanntesten Hypnotiseur, am 3.6.2012 in der Köpi Arena Oberhausen. Werden Sie Teil des größten Hypnose-Spektakels Europas und lassen Sie sich vom Rauchen und von überflüssigen Pfunden befreien. Alles zum unschlagbaren Preis von nur 9,95 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Faro Martin Bolze, die Show. Am 3.6.2012 in der Köpi Arena Oberhausen. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen.